Das Wetter ist alles nur nicht winterlich und auch nicht langweilig nach Ostern. Es wird nämlich stürmisch sein. Da kommen kraftvolle Tiefdruckgebiete auf uns zu. Und mit starken Tiefs haben wir es derzeit auch zu tun. An der Vorderseite der Tiefs strömt derzeit Sahara-Luft zu uns nach Deutschland. Dementsprechend das Sahara-Stauberlebnis jetzt an Karlsamstag und die Ostertage. Ab Ostermontag dreht dann aber die Strömung von Süd auf West. Und dann kommt saubere Atlantikluft zu uns. Unter Tiefdruckeinfluss allerdings wird es ganz schön windig bis stürmisch sein. Ein Sturmtief zieht nämlich durch. Das Zentrum des Sturmtiefs liegt am Mittwoch bereits über Osteuropa. Aber es ist viel Wind die nächste Zeit angesagt. Und ab Ostermontag dann verbreitet auch Schauber und Gewitter. Übrigens heftig geht es hier auf der Alpensüdseite ab den nächsten Tagen. Riesige Regenmengen im Südstau der Alpen. Speziell hier in der Schweiz, im Tessin und im höheren Bergland. Schneemassen, die da vom Himmel fallen. Wir in Deutschland bekommen mit Schnee in nächster Zeit überhaupt nichts zu tun. Aber eben mit Sahara-Staub jetzt am Karsamstag. Man sieht hier Nordafrika, hier das Mittelmeer. Und diese gewaltige Sahara-Staub-Schleppe, die sich direkt zu uns ins Land zieht. Viel Sahara-Staub ist Ostersonntag dann im Nordosten unterwegs. Ansonsten wird das Ganze die Folgetage so ein bisschen ostwärts abgedrängt am Ostermontag. Aber Karsamstag und Ostersonntag ist eben relativ viel Wüstenstaub vorhanden. Vor allem am Ostersonntag hier im Nordosten. Da wird die Sonne kaum zu sehen sein. Im Westen hat es einzelne Gewitter geben. In den Alpen tobt der Föhnsturm. Der legt nochmal richtig los. Das ist Orkanstärke in der Nacht zu Ostermontag. Dann wird er zusammenbrechen. Schauer und Gewitter ziehen ins Land. Von Südwesten wird es zunehmend stürmisch. Mit dem Sturmtief, das dann ins Land zieht. Und dann den Sahara-Staub so langsam nach Osten abdrängt. Ab Mittwoch ist die Luft dann bei uns in Deutschland relativ sauber. Aber es ist dann am Dienstag relativ stürmisch. Speziell im Osten wechselhaft. Mittwoch ähnliches Programm. Am Donnerstag auch ein windiger, wechselhafter Tag. Am Freitag wird es vorübergehend im Osten und im Süden. Wahrscheinlich ein bisschen freundlicher.